Hallo Freunde! Wir denken oft, dass Menschen, die ins Tierheim gehen, um ein Haustier zu adoptieren, selbst entscheiden, welches Glücksbild bei ihnen leben wird. Aber das ist nur selten der Fall. Meistens sind es die Tiere, die sich ihre Menschen aussuchen. Tiere haben ein gutes Gespür dafür, ob ein Mensch gut zu ihnen ist oder nicht. Der Mann auf diesem Foto scheint ein sehr guter Mensch zu sein. Die kleine Katze Luna hat ihn sofort auserkoren, als er das Tierheim betrat. Als der Mann die Tür des Tierheims für Tiere öffnete, heftete Luna ihren Blick unverwandt auf ihn. Er nahm sie sofort in den Arm und sie begann sanft und zärtlich zu schnurren. Dann legte sie ihre kleine Pfote auf seinen Arm, als ob sie sagen wollte, enttäusch mich nicht, Mensch. Sie sahen sich an und verstanden sich sofort. Der Mann nahm sie sofort mit nach Hause. Er sagt, sie sei das zarteste und süßeste Kätzchen der Welt. Luna hatte einige gesundheitliche Probleme und musste einen Tag im Krankenhaus verbringen. Aber jetzt ist die Katze wieder vollkommen gesund. Ihre Lieblingsbeschäftigung sind Videos für Katzen auf YouTube. Sie jagt gerne die gezeichneten Mäuse, die über den Bildschirm laufen. Den Rest der Zeit liebt Luna es, mit ihrem neuen Menschen zusammen zu sein. Es sind nicht wir, die die Tiere bellen, sondern sie uns. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen hoch und hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank.